Es ist neuer Monat und wir sprechen mal wieder über das Meta in Yu-Gi-Oh! Es hat sich nicht krass viel verändert, aber wir kriegen jetzt mit Hypernova ein neues Core Booster Set mit neuen Karten, was so einige Deckstrategien vielleicht ein bisschen besser macht als andere. Und wir erwarten, dass wir vielleicht eine Bandlist bekommen. Die T-Liste heute bezieht sich erstmal auf die Änderungen, die wir bei der Bandlist noch nicht erhalten werden, denn ich habe ja keinen Plan, was passieren wird. Das heißt, ich kann da nichts zu sagen. Wenn wir eine Bandlist sehen, werde ich auf jeden Fall diese T-Liste aktualisieren, dass ihr auch das aktuelle Meta habt. Fangen wir an mit dem besten Deck, T-Shisu. Denk ich, ich brauche nicht erklären. Ich habe jetzt mal dieses Tier 0 ausgeschrieben. Ich habe es zu Deck to Beat gemacht, weil das das Deck ist, was die Leute schlagen wollen. Das werden die meisten Leute spielen, weil es die größte Chance gibt, damit zu gewinnen. Und das wird auch das Format sein, was wir in Lyon spielen, wenn wir nicht kurz davor eine Bandlist bekommen, was ich nicht glaube. Deswegen bereitet euch auch vor, ist das Deck, was ihr schlagen müsst, wenn ihr wirklich gewinnen wollt. Im Tier 1 haben wir immer noch unsere Birds. Das ist immer noch ein Deck, was gegen T-Shisu extrem gut funktioniert. Und was natürlich die Barriere-Statue funktional hat, um halt das Deck aufzuhalten, das gegnerische Deck. Es gibt eine Karte im Format, die gegen T-Shisu funktioniert, gegen Birds funktioniert und die gegen das nächste Deck funktioniert. Da komme ich gleich noch drauf, wenn wir soweit sind. Die Karte ist jetzt ein bisschen besser, weil wir halt mehr Decks haben, die anfällig für diese Karten sind. Deswegen werde ich die euch gleich mal ganz gut zeigen, weil es auch wichtig ist, dass ihr wisst, dass diese Karte im Format existiert, falls ihr dagegen was machen wollt. Das Deck, was ihr jetzt ein bisschen hervorgetan habt, nach dem letzten Set, haben wir auch alle erwartet, ist Kastira. Das ist wirklich ein sehr gutes Deck. Das bildet so ein kleines Dreieck zwischen den Birds, zwischen Kastira und T-Shisu. Denn T-Shisu hat grundsätzlich gegen beide Decks ein bisschen Probleme, weil die halt Shifter main decken können. Das ist halt schwierig. Kastira ist relativ solide gegen die Birds, weil die Windbarriere-Statue von denen relativ einfach verbrannt werden kann, indem ihr einfach ein Unicorn-Specialt anstatt halt die anderen Karten. Das kann also relativ einfach das andere Deck Hops nehmen und Birds ist halt wirklich extrem gut gegen T-Shisu. Deshalb sind diese drei Decks so der Kernstück des Formats und mit Einbruch von Kastira im Metagame werden wir wahrscheinlich einige Karten weniger häufig sehen. Dadurch werden halt die Bust-Sales deutlich schlechter, weil die halt gegen Kastira und gegen die Birds nicht wirklich viel tun. Deshalb werden wir wahrscheinlich weniger im Manic sehen, sondern eher am Side-Deck und dafür andere Karten im Manic sehen. Und jetzt einmal ganz kurz die Karte, die ich euch zeigen wollte. Das ist einmal Booker für Clips. Die Karte wird wahrscheinlich deutlich relevanter als im nächsten Format, weil die die Fähigkeit hat, alle Sachen face down zu flippen. In der Regel endet Kastira auf den X-Z-Monstern, die in Zone locken können und die was annulieren können. Ihr habt mit Birds, habt ihr die Statue und halt den Kaisern am Feld und ihr schießt auf die mehrere Fusionsmonster. Diese Karte countert alles, was diese Decks tun und das macht diese Karte auch unglaublich gut. Es gibt eine andere Karte, die heißt Verbergende Schwerter. Die macht an sich das gleiche wie Booker für Clips, nur dass sie halt eine permanente Zauberkarte ist, die für zwei Züge auf dem Feld bleibt, damit der Effekt auch weiterhin aufgelöst werden kann. Das heißt, es kann theoretisch halt geschossen werden, damit die Karten wieder aufgeschickt werden können, aber es erfüllt den selben Zweck, wenn ihr die Karte deaktiviert. Eine andere Karte, die vielleicht noch ein bisschen mehr zu spielen werden, ist vielleicht Book of Lunar Eclipse. Eine Karte, die was ablegen kann und zwei Karten wählen und die verdecken kann. Die werden wir wahrscheinlich aber eher in Tier sehen und nicht in anderen Decks, aber es ist auf jeden Fall eine Option zu wissen, dass die spielbar ist. Endlich, muss man auf jeden Fall sagen, machen wir weiter mit der Tierliste. Da haben wir fürs 3 einmal Tribigate. Ich habe das da reingepackt, weil das eigentlich so ziemlich alle Karten wieder zurück hat, die es halt braucht, mal spielen zu können. Das Problem ist halt nur, dass die anderen Decks halt so viel mächtiger sind als halt das Deck, dass es halt selber nicht viel tun kann, aber es ist ein sehr cooles Deck und es kriegt ja auch Support und ich denke, dass der Support im Deck auf jeden Fall hilft, kompieten zu können, nur nicht auf dem höchsten Level. Deswegen ist es auch ein Tier 3 Deck. Da haben wir einmal im Tier 2 Despia. Das ist ein sehr gutes Deck mit neuen Karten, neuen Spielzeugen und es ist unglaublich mächtig. Ich glaube aber, dass es nicht genug tut, um halt gegen die oberen Decks halt was tun zu können, bevor eine Banlist halt kommt. Und das ist, glaube ich, so das große Problem, was das Deck so ein bisschen zurückhält, dass das Ceiling von dem Deck halt nicht so hoch ist wie die anderen Decks, aber eine Karte von Mirajed ist natürlich unglaublich gut. Wenn ihr also wirklich ein geiles Deck spielen wollt, spielt Despia. Ich persönlich bin ja nicht der Riesenfan von Despia, aber ich verstehe, warum viele Leute das sehr gerne mögen. Dann haben wir noch einmal Dragon Link. Das ist ein Deck, was sehr viele gute Kombos machen kann und nicht gegen dieselben Karten verliert, gegen die die oberen 3 Decks verlieren. Das macht das Deck in Heren halt nicht schlecht. Und dadurch, dass die Büssels halt ein bisschen schlechter geworden sind, ist das Deck auch ein bisschen schlechter. Ich halte es aber trotzdem noch besser als ein Tier 3 Deck, weil es in Heren halt ein solides Deck ist. Deswegen glaube ich, dass wir das auch ein bisschen häufiger sehen werden im letzten Format. Aber es ist halt nicht das Deck, was ich jetzt unbedingt picken würde, um den YCS zu gewinnen. Aber es ist für die Locals, für die Region ist es ein sehr gutes Deck. Und es wird auch bei vielen Leuten wirklich halt einen großen Anklang finden. Dann haben wir noch einmal Dogmatiker. Ich packe das mal in Tier 3 rein, denn die kriegen neue Supportkarten mit dem Ritualmonster. Dieses Ritualmonster ist unglaublich gut. Ich glaube aber nicht, dass es reicht, um das wieder richtig metafähig zu machen. Dieses Deck hat eine coole Engine, hat gute Karten. Ich meine, die Servant ist eine krass gute Karte. Karten wie Benjamins sind krass gut. Allerdings haben die das Problem, wenn halt die Birds oder Castira mit Shifter ankommen, dann sind die beiden Karten beide nutzlos. Und das ist nicht gut, weil das ist quasi der Kernstück. Und ihr macht halt mit Dogmatiker gegen die Birds nichts. Gegen Castira könnt ihr einiges machen, das ist auf jeden Fall möglich, dass ihr dagegen gewinnen könnt. Wenn ihr aber einen Shifter aktiviert, habt ihr auch eine Schwierigkeit, da durchzuspielen. Deswegen ist es ein solides Deck, aber es macht halt nicht genug. Aber es ist optisch sehr schön. Dann machen wir einmal weiter mit Pendulum. Ich packe das mal in Tier 2. Ich bin mir da zwar noch nicht ganz sicher, aber ich würde es erstmal so hinpacken. Denn es ist an sich genauso gut wie vorher gegen alle anderen Decks. Und gegen Castira, glaube ich, hat das ein paar Probleme. Denn wenn ihr mit Castira eine Pendelzone blockiert, habt ihr echt ein Problem. Und ich glaube, dass dieses Matchup halt nicht gut ist. Und ich denke, dass wir sehr viele Castira sehen werden im nächsten Format. Deswegen könnte man so das Argument führen, dass das vielleicht eher in T3 reingehört. Ihr könnt es nochmal in die Kommentare schreiben, ob ihr das vielleicht anders seht. Und ihr sagt, okay, Pendel, ne, gar nicht mehr so gut, ne, packt es mal weiter runter. Dann können wir beim nächsten Mal darüber sprechen oder diskutieren in den Kommentaren darüber. Dann haben wir einmal Dark Worlds. Ich packe das leider nicht competitive, weil es hat nichts getan seit Release. Ich glaube, solange wir Tshizu haben, wird das nicht relevant werden. Ich glaube, sobald wir Tshizu nicht mehr so krassen Formate haben, könnte das Deck deutlich besser sein. Kommen wir zur Exos Sister. Und auch das ist nicht competitive. Es ist ein Deck, was Shifter spielt und das macht das Deck gut. Shifter ist gegen die Birds und gegen Castira nutzlos. Und wenn ihr Shifter spielen wollt, spielt einen von den beiden Decks. Ansonsten hat das keine Upside, also spielt halt ein anderes Deck. Wenn ihr meinetwegen Necrovelte spielen wollt, dann spielt Pendel, weil die können halt wenigstens suchen. Dann haben wir einmal Ignister. Ich glaube, dass Ignister aktuell das beste Cyber-Stack ist, neben Marincis. Weil das nicht gegen die übrigen Bedächtigen verliert. Es hat aber gegen Castira und gegen die Birds Schwierigkeiten. Gegen Tshizu ist halt der Tower unglaublich gut, weil die es nicht wirklich outen können, wenn der halt aus Feld kommt. Allerdings können die halt die Effekte vorher blockieren, bevor der Tower aus Feld kommt. Ist also im aktuellen Format schwierig, aber nicht unmöglich damit halt was zu gewinnen. Weil die meisten Leute halt nicht die Out dafür im Deck spielen, um halt gegen den Tower zu gewinnen. Dann kommen wir einmal zu Labyrinth. Ich packe es mal zu T3. Ich glaube, dass das Deck selber halt wirklich gar nicht so schlecht ist. Weil wir halt viele Möglichkeiten haben, den Gegner zu ärgern mit guten Fallenkarten. Der Feedspill ist halt ziemlich gut. Es ist, glaube ich, das beste Fallen-Deck, also das beste Purple-Deck aktuell. Aber das reicht halt nicht, weil die anderen Decks, die können so viel Plus generieren. Und dieses Deck geht halt so viel Minus in der eigenen Engine. Was natürlich wieder rausholen kann, mit Gegnerkarten wegnehmen. Aber es geht halt in Heeren so viel Minus. Deswegen glaube ich nicht, dass das Deck extrem gut kompieten kann. Aber es ist auf jeden Fall kein schlechtes Deck. Haben wir mal Dolche. Ich packe das mal zu viel Potenzial hin. Der Grund dahinter ist folgender. Es verliert halt nicht gegen Shifter. Es verliert halt nicht gegen die Bisphil-Karten. Es ist ein solides Deck. Es kann gute Dekanen. Es kann ein vernünftiges Board aufbauen. Die Fallenkarte, die es hat, ist ziemlich gut. Nur die Variante jetzt mit den Vernisswift-Karten ist halt ein bisschen beschissen, wenn da ein Shifter kommt. Das heißt, die größte Stärke, dass die gegen Shifter nicht anfällig sind, geht damit wieder raus. Aber es gibt dem Deck halt Consistency und halt mehr Monster auszählt. Was an sich halt ziemlich gut ist. Und ich glaube, das ist extrem davon abhängig, wer das pilotet. Und da wieder schreiben meine Kommentare, ob ihr das anders seht. Ich wollte es als erstes in nicht Competitive einordnen, weil ich mir denke so, es tut halt was. Aber es wird halt auch nicht viel gespielt. Deswegen, wenn euch so eine Affen-Video gefällt, also Meta-Teles und generell Content zu Yu-Gi-Oh! Lasst mir gerne mal ein Like dafür das Video, damit ich weiß, ihr habt da Bock drauf. Dann seht ihr soweit auch von mir regelmäßig. Das nächste Deck ist einmal Marincis. Ich packe das mal zu Ignistha. Ich glaube, dass die ein ähnliches Upside haben. Allerdings glaube ich, dass Ignistha einen Zacken besser ist als jetzt hier Marincis. Der Vorteil ist halt wirklich, ihr kriegt halt auch einen Tower. Ähnlich wie bei Ignistha. Aber ihr müsst halt deutlich mehr über den Friedhof machen. Klar, ihr habt mit dem bisschen nichts zu tun, weil ihr Wasser spielt. Aber ihr spielt halt Wasser. Und wenn ihr halt gegen die Birds oder gegen Gastierer spielt, habt ihr auch vielleicht ein Problem. Weil die können euch ein paar Zonen lockieren. Und das kann manchmal nervig sein, weil ihr nicht genug Karten habt, um halt irgendwas tun zu können. Oder halt durch den Shifter die Karten in Hybride bekommt und ihr könnt nicht wirklich spielen. Es ist trotzdem halt ein gutes Deck, weil wenn ihr den Tower einfach im Feld established habt, ist es schwer da wirklich halt drüber zu kommen. Weil die meisten halt nicht mehr die Spell-Trash-Remo gut spielen. Und dadurch halt der Feedspiel auf jeden Fall auch am Leben bleibt. Dann haben wir einmal Mikanko. Ich packe es mal in viel Potenzial rein, weil ich von dem Deck selber noch nicht so viel gesehen habe. Ich habe ein paar Varianten gesehen mit Climbermancer. Ich habe ein paar gesehen, die das pur gespielt haben. Mit ein paar Kystrels, mit Isolde, mit Infernobels auch ein bisschen drin. Es ist, glaube ich, kein schlechtes Deck. Ich glaube, dass es im aktuellen Format nicht viel reißen kann, wegen Decks, die oben drüber sind. Ich glaube, aber es ist in Herens kein schlechtes Deck ist. Ich glaube, dass viele das unterschätzen. Und das könnte wahrscheinlich in Zukunft so ein bisschen für Furore sorgen, sagen wir es mal so. Ich nehme mal ganz kurz zu diesem Deck auch einmal Poly mit dazu. Denn Poly ist auch ein Deck, wo wir schon zur Pole angekündigt haben. Das sind Karten, die die bekommen, die unbedingt auch gebraucht haben, weil die dadurch halt deutlich besser werden. Ein Searcher, ein neues Monster, was halt wirklich wichtig ist. Weil ihr habt halt die ganzen Karten, die was im Deck spaschen können. Das ist halt gut mit einem extra Monster. Ihr habt diese guten Exis, die wirklich halt unglaublich gut sind und auch wirklich generisch sind. Ihr könnt mit Poly wirklich viel machen. In Kombination mit Sprite zum Beispiel, das ist noch ziemlich gut. Also ich glaube, dass das Deck sehr viel Potenzial hat, gut zu sein. Wir haben im Oc schon gesehen, dass ein paar Leute das auch spielen. Das ist auch relativ erfolgreich, weil ich aktuell keinen Grund sehe, das halt schlechter einzuordnen. Weil ich glaube, dass es ein sehr gutes Deck ist. Es ist gegen Tshiso ziemlich gut. Es kann theoretisch gegen andere Decks auch funktional gut sein. Nur Kastierer-Birds machen das natürlich ein bisschen schlechter, weil ihr halt weniger Exis und Friede habt, weniger Nisek spielt. Aber das, was es macht mit den wenigen Karten, die es hat, ist halt ziemlich gut. Deshalb glaube ich schon, dass es halt ein kompetentes Deck ist, was ihr spielen könnt. Das Plant-Deck packe ich mal zu nicht competitive. Es ist ein gutes Deck an sich, aber es hat einfach zu viele Schwächen gegen die aktuellen Decks, weil wir viele Handtrap sehen aktuell, zum Beispiel in Sprite-Varianten. Und Karten, die halt das Klingmonster entfernen können oder halt das enorme Monster, dann habt ihr halt echt ein Problem, weil ihr da nicht viel zum Spielen habt. Planet Patrol geht auch in viel Potenzial rein. Die kriegen halt Support und es werden Leute versuchen, dieses Deck zu spielen. Und ich glaube, wenn wir die noch ein bisschen Support bekommen, könnte das Deck sogar gar nicht mal so schlecht werden. Aber es scheitert logischerweise auch ab im aktuellen Format, dass halt nicht so viele Decks da sind, die das halt wirklich gut schlagen können. Aber es ist trotzdem ein Deck, was ich potenziell wirklich sehr weit oben sehe, wenn das wirklich relevant werden sollte. Dann haben wir einmal das Runic-Stun-Deck. Ich packe das echt ungern da oben hin, nur wir müssen uns überlegen, dass wir im aktuellen Format eigentlich gar keine Back-Remove-Karten spielen. Vielleicht ein Lightning-Storm oder ein Even-Image-Im-Side-Deck. Aber das reicht halt gegen das Deck halt nicht. Und das Deck ist halt ultra nervig, wenn ihr diese Karten nicht habt, um das zu outen. Und das kann euch extrem easy outgrinden und euch das Deck klauen. Und ohne Deck könnt ihr nicht spielen. Wer hätte das gedacht? Deswegen glaube ich schon, dass das Deck auch relativ beliebt sein wird auf manchen Turnieren, weil das nicht so schwierig zu piloten ist, muss man fairerweise sagen. Klar, die ganzen Draw-Effekte von dem Brunnen kriegt ihr nicht unbedingt, wenn ihr gegen ein Tier spielt. Aber es gibt so viele Varianten, wie ihr den gegen das dann könnt, dass ihr vielleicht trotzdem halt den Gegner aufhalten könnt, dass ihr halt diese Shuffle-Effekte aktiviert. Ihr könnt einfach auch Normalzimmer und Emanuel Warto machen. Was soll er denn aktivieren? Er kann ja nichts shufflen. Deswegen glaube ich schon, dass es halt ziemlich gut sein kann. Wir werden sehen, wie gut das wirklich genau ist. Ich glaube auch schon, dass es halt mit contenten kann für ein paar Top-Spots. Da haben wir einmal Sword-Saw. Das packe ich leider auch in, ähm, nicht competitive, ne, viel muss ich sagen, nicht. Ich hoffe, ich packe es auch mal in Tier 3 rein, weil das immer noch ein ganz gutes Deck ist. Es verliert gegen Shifter jetzt nicht so hart, wenn ihr jetzt nicht unbedingt die Variante spielt mit den Tandy-Monstern. Aber es ist halt immer noch ein Deck, was euch relativ einfach umbringen kann. Das heißt, wenn ihr dem halt ein bisschen Raum gebt und es halt halt Karten zu spielen, dann seid ihr halt auch dead, ne. Und deshalb glaube ich schon, dass es halt ein Deck ist, mit dem ihr wirklich halt irgendwo antreten könnt. Weil es hat ja so auch nichts verloren innerhalb der letzten Monate. Es ist einfach nur so ein bisschen gepowercrept worden von den Decks, die halt neu rausgekommen sind. Haben wir einmal Sprite. Ich packe Sprite nochmal in Tier 1, wobei ich glaube, dass Sprite schon abgefallen ist von dem, wie gut es vorher war. Weil ihr konntet vorher wirklich halt Sprite extrem gut gegen Tier bauen. Habt ihr in eurem Side-Tech Karten gezeitet, die ihr gegen Flander gespielt habt. Wenn ihr wirklich mal jeden einen Flander-Spieler gespielt habt. Und dann war gut. Jetzt haben wir noch Kashtira. Und die Karten, die gegen Flander funktionieren, funktionieren nicht unbedingt alle gegen Kashtira. Ein paar natürlich schon. Buche verklebt, haben wir darüber gesprochen. Und deshalb verliert ihr halt ein bisschen diese Flexibilität. Dass ihr halt diese guten generischen Non-Engine-Karten gegen die Deck spielen könnt, die aktuell ziemlich gut sind. Weil ihr braucht halt verschiedene Karten gegen Kashtira, gegen die Birds. Und halt gegen Tei Shizu. Dass ihr nicht genug generische Karten spielen könnt, die quasi alles abdecken können. Und das ist glaube ich so ein bisschen der kleine Downfall. Aber ich glaube, dass es trotzdem halt ein ziemlich gutes Deck ist. Weil ich spiele es ja auch selber, also es ist halt unglaublich gut. Aber ich glaube, nicht mehr gut genug eigentlich, um mitzuspielen. Aber ich würde es auch nicht in Tier 2 packen, weil ich es schon besser finde, als der Rest der da drin ist. Und wer hat Tier 1,5, mache ich ja nicht. Aber das wäre für mich glaube ich so ein Contender, wo ich sagen würde, es ist nicht ganz Tier 1, aber auf jeden Fall nicht Tier 2. Deshalb ist es damit dabei. Und das letzte Deck für heute ist einmal das Trap Tricks Deck. Weil das kriegt ein Structure Deck, was ziemlich gut ist. Ich habe ein paar Kombos gesehen und habe gesehen, dass das Deck dadurch konstanter wird. Ob das gut wird? Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Ich habe keinen Plan. Ich glaube, dass das Potenzial hat, ein bisschen was zu reißen. Aber ich glaube nicht, dass es halt genug tun kann, um im aktuellen Format wirklich halt konstant Tops zu erreichen. Das war es für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann rein. Ciao. Leute.